Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Donnerstag, dem 9. März. Guten Morgen beim Geek Talk Daily. Ich habe heute wieder 10 Technik-News für euch vorbereitet. Es geht um Airbus, NVIDIA, Tinder, Microsoft, Facebook, Google, Flickr und die PS4. Wir beginnen bei Airbus. Die haben ein neues Lufttaxi-Konzept vorgestellt. In Genf findet ja aktuell die Autoshow statt. Und dort hat man ein neues Transportkonzept vorgestellt, so quasi. Einerseits geht es um ein selbstfahrendes Auto und auf dieses Auto wird quasi so eine Kapsel aufgesetzt. Diese Kapsel soll anschließend aber auch quasi an eine Drohne angedockt werden können, an eine selbst fliegende und durch so weitertransportieren. Zusätzlich soll das Ganze dann aber auch zum Beispiel in diese Hyperloops hineinpassen. Also im Endeffekt eine mobile Transportkapsel, die über alle Wege hinweg transportiert werden kann. Das Ganze soll eine Reichweite von 130 Kilometern haben, einen 60 Kilowatt Akku und in 15 Minuten aufgeladen sein. Klingt sehr interessant. Bereits in 10 Jahren soll diese Technologie laut Airbus zum Einsatz kommen. Wir hoffen, Sie halten Ihren Zeitplan. Auf das wäre ich schon sehr gespannt. Wir kommen zu NVIDIA. NVIDIA hat mehr oder minder einen Einplatinien-Rechner vorgestellt. Also sowas wie den Raspberry Pi zum Beispiel. Ich habe heute meinen neuen Zero-Way gerade bekommen. Und ja, NVIDIA geht einen ganz anderen Weg. Die stellen den Jetson TX2 vor. Das ist ein kleiner Einplatinien-Rechner, der auf die neue Pascal-GPU setzt und damit mehr Leistung zusammenbekommt als eine aktuelle Xbox One oder PS4. Das Ganze läuft auf 1,3 bzw. 1,8 Teraflop, kommt mit 32 GB Speicher, 8 GB RAM und hat eine Leistungsaufnahme von 7,5 Watt. Wer sich jetzt allerdings denkt, na, neuer Spielerechner, günstiges System, ähnlich wie ein Raspberry. Leider nein. Wer das Ding aktuell kaufen bzw. es vorbestellen möchte, zahlt dafür 600 US-Dollar. Der ist dafür in den nächsten Wochen schon dran. Final soll das Modul dann immerhin noch 400 US-Dollar kosten. Also deutlich teurer als so ein kleiner Pi. Wir kommen zu Tinder. Bei Tinder gibt es offensichtlich einen eigenen Kanal für Promis, Models und sehr erfolgreiche Tinderer. Im Endeffekt heißt das Ganze Tinder Select, das will TechCrunch herausgefunden haben. Um dort allerdings Mitglied zu werden, muss man eine spezielle Einladung erhalten. Wir kommen zu Microsoft. Microsoft macht ein soziales Netzwerk dicht. Das heißt SoCall, S-O-Punkt C-L. Ich weiß nicht, ob das überhaupt jemand von euch kennt. Das Ganze ist vor fünf Jahren bereits gestartet. Sollte sich vor allem an Studenten richten. Am 15. März ist damit jetzt Schluss. Wir kommen zu Facebook und zu Mark Zuckerberg, dem CEO. Der bekommt jetzt den Titel, also den Doktortitel der University of Harvard. Im Endeffekt hat er sein Studium ja abgebrochen. Am 25. Mai soll ihm jetzt aber trotzdem seinen Titel verliehen werden und er quasi den Abschluss damit nachmachen. Ja, es gibt eine lange Begründung dazu. Die kann man sich durchlesen, wenn man mag. Link ist in unseren Shownotes. Im Endeffekt, ja, natürlich. Er hat natürlich mit Facebook mehr oder minder die Welt verändert. Und dementsprechend möchte man ihm jetzt einen Abschluss zukommen lassen. Sehe ich ein, bin gespannt, wie die Feier am 25. Mai dann wird. Wir bleiben bei Facebook. Facebook macht ja auch mehr oder minder eigene Hardware. Und so eine neue Hardware haben sie heute vorgestellt. Nennt sich Big Basin oder Basin. Ein eigenes Serversystem, das quasi für Artificial Intelligence eingesetzt werden soll. Das heißt im Endeffekt die Bilderkennung in Zukunft übernehmen soll. Wesentlich besseres System als das bisherige. Wir dürfen gespannt sein, was es dann für weitere Leistungen bringen wird. Wir bleiben bei dem Thema Bild- und Objekterkennung, kommen aber zu Google. Google kann jetzt auch Objekte in Videos erkennen. Auch durch Machine Learning natürlich. Objekte in Bildern, das kennen wir ja schon. Aber das ist insofern ja relativ leicht, weil es natürlich ein stehendes Bild ist. Objekterkennung in Videos ist zwar schon ein ganz anderer Schnack. Ja, Google will das jetzt jedenfalls erreicht haben. Wir dürfen gespannt sein, ob wir dann bald auch automatische Tags in YouTube-Videos sehen werden. Ich gehe mal stark davon aus. Diesmal bleiben wir bei Google. Die haben jetzt einen eigenen, ja, mehr oder minder exklusiven Podcast gestartet. Das war ja letztes Jahr, dass Google Bemühungen in Richtung Podcasts kundgetan hat. Da war eher, was das Einreichen quasi von Podcasts direkt betrifft. Jetzt bringen sie einen eigenen, exklusiven Podcast, der nur in ihrem Google-Music-Programm quasi drinnen sein soll. Also Play Music heißt das Programm. Soll City Soundtracks heißen und orientiert sich an dem Konzept von BBC's Desert Island Discs. Im Endeffekt, ja, jede Folge nimmt einen quasi Sänger oder einen bekannten Künstler halt her und geht mit ihm Plätze und Momente durch, die sein Leben beeinflusst haben. Wir kommen zu Flickern, einem kleinen neuen Feature, das aber vielleicht recht praktisch ist. In der Web-Version ist sie schon verfügbar. Im Endeffekt, wenn man ein Bild findet, kann man jetzt auch sagen, zeig mir ähnliche Bilder. Grundsätzlich nichts Neues, aber zumindestens bei Flickern etwas Neues. Zuletzt noch eine kleine Gaming-News, wie so meistens von mir. Diesmal geht es aber um die PlayStation 4. Und da dürfen alle heute sich auf Updates einstellen. Heute soll das PlayStation 4 System Software Update 4.5.0 veröffentlicht werden. Das hat PlayStation im eigenen Blog bekannt gegeben. Ich teste das System schon länger, ist auch recht stabil, bin froh darüber. Das Wichtigste ist, es gibt zwei neue Features. Das eine hilft allen, nämlich ihr könnt in Zukunft auch externe USB 3.0 Festplatten anschließen und diese als System Storage verwenden, heißt darauf Spiele installieren. Die Zeit des nervigen Festplatten-Upgrades geht mehr oder minder vorbei. Ich habe zwei Hard-Discs schon angeschlossen, funktioniert wirklich wunderbar. Und auf der anderen Seite für alle Besitzer einer PlayStation Pro. Da könnt ihr jetzt dann den neuen Boost-Modus verwenden. Der soll quasi aus Spielen, die nicht für die PS Pro optimiert worden sind, dennoch mehr Leistung herausholen. Insofern Happy Update Time heute für alle, die eine PS4 haben. Das war's von mir schon für heute. Wir hören uns dann morgen wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald und ciao. Hört mehr Geek Talk.